Hi Leute, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es nicht nur was zum Feiern, sondern auch was für euch, denn vielleicht seht ihr es schon, wir haben einen neuen Skin. Es ist so, Leute, wir sind einfach Content Creator geworden und ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Wir sind erste Stufe Tier 1, was für Rechte wir haben und so weiter, das werden wir euch jetzt hier im Video sagen. Auf jeden Fall haben wir erstmal diesen nicen Skin hier bekommen, der richtig, richtig cool aussieht. Den kriegen nur Content Creator und ist so ein Influencer Skin. Sehr, sehr cool. So Leute, wir gehen direkt rein und quatschen da ein bisschen weiter. Let's go. So Leute, wir sind jetzt in der Blog-Dash-Runde drin. Und zwar ist es so, Leute, es gibt nicht nur was für euch zu gewinnen, sondern wir werden jetzt, damit ihr Bescheid wisst, vor jedem Video oder in jedem Video könnt ihr jetzt Gems gewinnen. Das heißt, egal welches Video jetzt heute ab heute rauskommt, werden wir Gems Verlosungen machen. Dann einfach als Dankeschön, dass ihr mir so geholfen habt und ohne euch hätten wir das hier einfach nicht geschafft. Die Dias-Army ist so gewachsen. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen, dass wir da so weit gekommen sind. Und ohne euch, wie gesagt, wäre das alles nicht möglich. Was wir machen müssen, um die 1000 Gems von diesem Video zu gewinnen, schreibe ich euch gleich rein am Ende des Videos. Ansonsten guckt erstmal rein. Wir zocken hier so ein paar Runden und quatschen noch ein bisschen. So, ich wollte euch einfach mal sagen, wie gesagt, dass ich einfach total dankbar bin für das, was ihr mit uns hier gemacht habt oder was wir hier erreicht haben jetzt schon. Wir werden jetzt gucken, dass wir weiter auf YouTube Gas geben. Natürlich ist das jetzt nicht das Ende. Das ist natürlich jetzt erstmal schon der erste Schritt, den wir unbedingt erreichen wollten in unserer To-Do-Liste. Natürlich haben wir hier auch echt was dafür gemacht und geguckt, dass wir da auf jeden Fall das schaffen und haben da echt Gas gegeben in letzter Zeit. Was ich auch sagen muss, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ohne euch würde das hier nicht klappen. Ansonsten werden wir in den Tagen noch viel, viel machen. Es wird bald ein YouTube-Video mit verschiedenen YouTubern noch kommen oder Influencern. Und es wird noch ganz viele verschiedene andere Giveaways kommen. Wie gesagt, einfach als Dankeschön, dass ihr das hier ermöglicht habt. Wie zum Beispiel auf anderen Plattformen wie Instagram oder auch auf TikTok wird auch nochmal was kommen. Einfach damit ihr Bescheid wisst, denn wir können jetzt auch Gems losschicken und die einreichen und damit auch sozusagen schneller die Gems an euch zustellen. Ansonsten ist es so, dass wir jetzt bald auch alle Maps kriegen. Das heißt, wir können jetzt bald mit euch zusammen oder mit euch auch in den Streams Legendary Blockdash und viele andere Maps oder auch zum Beispiel als YouTube-Videos verschiedene Challenges machen mit Maps, die zum Beispiel gar nicht mehr draußen sind. Und das ist, wie gesagt, auch echt, oh mein Gott, nicht selbstverständlich und da freue ich mich schon extrem drauf. Zudem ist es auch so, dass wir jetzt spezielle Informationen haben, die zum Beispiel so Sachen betreffen, wie, dass ihr jetzt zum Beispiel 20 Superman Points oder Super Points auf der Homepage kriegt. Im Shop könnt ihr eure Namen eintragen und dort kriegt ihr dann jeden Tag, könnt ihr 20 Punkte abholen. Einfach so, zum Beispiel diese Information hätten wir jetzt auch nicht bekommen. Die gibt es zum Beispiel jetzt nur für Leute, die im Creator-Discord sind, natürlich extra. Wir können Maps vorher testen. Wir haben sehr viele Vorteile dadurch, dass wir jetzt das geschafft haben. Und wie gesagt, da nochmal einfach Danke. Zudem, wie gesagt, wird es jetzt hier öfters verschiedene Maps geben. Die Maps werden hier bald für uns freigeschaltet. Das kann so ein, zwei Tage dauern, meinten die. Und dann werden wir auch gucken, dass wir Legendär, Blockdash spielen und viele, viele andere Sachen auch noch mit euch zusammen machen. Wenn ihr euch fragt, hey Dias, wie können hier die Leute mit im Video sein? Zum Beispiel Martin oder Bench oder GF oder viele andere Leute, die jetzt hier auch mit uns drin waren. Es ist so, Leute, die Leute, die aktiv bei mir auf YouTube kommentieren, habe ich schon immer gesagt, ihr kommt in meine Freundschaftsliste. Das heißt, wenn ihr dieses Video jetzt seht und ihr seid, hey Dias, ich möchte auch in die Freundschaftsliste, schreibt einfach zwei, dreimal in die Kommentare und macht auch gerne bei den Gewinnspielen mit, damit ich weiß, dass ihr wirklich... Oh nein, ich hätte es gewonnen! Wie? Wie konnte ich das verlieren? Oh mein Gott! Oh, Glückwunsch, Martin, ey! Schieee! Deswegen, haltet eure Augen offen. Es wird, wie gesagt, jetzt wirklich viel Stuff kommen hier. Und wie gesagt, das ist nur der erste Schritt. Wir wollen auf jeden Fall noch höher hinaus. Deswegen, jemand von uns, TW. Aber wie gesagt, deswegen guckt da auf jeden Fall und nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank, was ihr natürlich machen müsst, um hier teilzunehmen. Erstmal, Glückwunsch, CC, die Dias. Und zum anderen müsst ihr das natürlich liken, das Video und ein Abo und ein Like da lassen, ist logisch. Und euren Ingame-Namen in die Kommentare schreiben, damit ihr auch Chance habt auf die 1000 Gems, um da mitzumachen. Wie gesagt, wir werden jetzt jedes Mal im Video mal mehr, mal weniger Gems verlosen hier an euch. Damit ihr da einfach Bescheid wisst, damit die aktiven Leute auch wirklich hier belohnt werden. Weil ich habe schon immer gesagt, die aktiven Leute hier werden belohnt mit Freundschaftsliste, mit Gems und so weiter und so fort. Und deswegen, wie gesagt, bleibt gerne aktiv hier bei mir und ansonsten vielen Dank für den ganzen Support. Wie gesagt, ohne euch hätte ich das den ersten Schritt auf unserer großen Reise nicht geschafft. Und wirklich vielen, vielen Dank euch. Wir geben uns täglich Mühe mit Videos und vielen mehr. Deswegen bleibt gerne aktiv und habt euch ganz doll lieb. Und ich danke euch vom Herzen. Bis dann, Leute. Wir zocken jetzt hier noch die Runde zu Ende. Und ansonsten, wie gesagt, bis morgen zu einem neuen Video oder zu einem Stream. Hab euch ganz doll lieb und los geht raus, Leute. Vielen Dank euch.